Ich werde mal wieder da. Wieder da. Schwupps, null Zuschauer. Es braucht noch nicht mal einen Hund zum verlieben. Nein, hör auf jetzt. Jetzt machst du mich ganz verlieben. Warum? Oh. Ich finde es gut. Oh, okay. Hast du gesungen gerade, Bummel? Nein. Baby. Schwupps, null Zuschauer. Gummibären? Nee. Mutig und freundlich, so taffer und goldig. Nein, hör auf jetzt. Da bin ich gestern auch drauf gekommen aufs scheiß Gummibären wegen diesem Trank. Geil. Geil. Leben in Falt und der Bäumen und Steinen. Hast du gesungen gerade, Bummel? da sind sie zu haus was ich musste mich gerade erst mal selbst aus meinem musste habe mir selbst dazwischen gequatscht musste ich erst mal unterbinden ich habe schon gedacht du bist die ganze zeit schon in der dusche ich habe einfach keine drauf keine antwort darauf gegeben hat das schon gelesen dass du das so im duschen look ist ich habe bummel mehr singen wenn er und der dusche steht entweder akzeptieren oder nicht nur eins von beiden ich bin gleich ich bin gerade bei der charakter erstellung kann man kann man die länge vom dünn beeinflussen die sind bei mir beide in steine drin nix das macht nicht traurig ja gut für die manchen ist das wirklich belastbar wenn sie mich auch noch nachts unter der dusche hören ich versuche mir zu entspannen was er da singt ok freut mich musste aufnehmen das beweismaterial das ist was bummel singen kann gegen ihn verwendet werden so tapfer und goldig das kenne ich noch der aloe vera saft bringt die kraft der aloe vera saft bringt die kraft er pusht dich nach oben so tapfer und gelogen keine ahnung also das üben wir nochmal ja ich bin dann einfach komplett irgendwie abgewichen abgeschmuggelig wenn man keine ahnung hat einfach machen die tage auf jeden fall dass die schmerz so aber ich glaube du weißt schon bescheid dass es ein mod gespräch geben wird da ist mir schon gesagt aber super gut ist das egal wo ich starte ich glaube schon ich glaube die haben wir alle genommen linee was machst du denn? was machst du denn? was machst du denn da? die sind ja hier zum wo mach du wieder Das war's. es geht ab wie so ein zöpfchen gerade was ist denn die säuberung nur drückt dann steht unten hier säuberungsanzeige und dann werde ich gesäubert gewaschen wenn ich oder ich werde ausradiert ich freue mich dass du wieder hier bist in unseren ja wir haben keine ahnung dann noch seit gestern schon aber ich weiß nicht ja da hat mich gefragt ob immer drüber guckt aber das hat er jetzt selber gut muss ja nicht mal fragen ich bin ja nackt sollte ich dir mitteilen wie weit bist du mit der decke doch doch ich mag wenn er singt und gute laune hat ok ok ich verstehe schon gute laune du bist erst mal weg online das kannst du mir doch nicht antun ich habe keine kamera vielleicht verjagt ich deswegen alle oder vielleicht umgedreht das ist immer gut so denn wollen wir doch mal schiller girl abholen wenn du jetzt dann rollst du mit der maus ganz nach hinten bis es nicht mehr weiter geht dann siehst du unten einmal bis l bis irgendwas sp oder so und links an der seite hast du zahlen das ist korrekt auf welchen feld bist du und zwischen zehn und elf ok du musst doch durch das tor durch du bist da gerade vor dem typen ja genau dann musst du da erst mal da ein bisschen labern oder du holst du noch ein paar sachen aus der kiste raus wie du möchtest und dann gehst du natürlich dieses portal ich schätze mal das grüne richtig grün ist immer gut graube minze lecker grüntee so jetzt fährt mir wieder einmal machen wollte was was wolltest du denn machen ich muss dich ja mühsam jetzt die schleimsuppe erfahren weil du meine sicher hast ich habe keine ahnung so machen dass es nicht so dunkel ist ich glaube du hast auch den bug ist es bei dir dunkel ich glaube es hell draußen oder ja ja da musst du mal und klär das mit den anderen handy wieso was denn los bummel übrigens ich habe ganz viel hopfen und so einen scheiß gesammelt ich habe einfach ein bisschen die gegend erkundet und auf hopfen gestoßen wir gehen da bestimmt heute hoch und bauen da sind so ein kleines häuschen hin und dann können wir gerne versuchen kältegebiet zu machen wer kennt wer kennt das nicht stress mit der freundin jana ist alltagsstress oder also jetzt bin ich bei f3 genau dabei dieser brücke ich komme nicht gleich abholen aber ich bin nackt deswegen komme ich vorbei habe ich ich bring dir klamotten mit geiler dreht er komplett frei ja irgendwie wenn du mal zeit findest schaust du dir den server bitte nochmal an muss ja nicht jetzt sein oder heute ich habe klamotten mitgenommen ich kann ja noch eine waffe mitnehmen warte kurz er ist auch schon im grünen die green hummel gang alter nein jetzt habe ich alles genommen wenn das handy einfach nicht mehr aufhören zu klingeln dieser moment wenn so komische freunde einfach nachrichten schicken ohne aufzuhören absolute brechheit und jump oh das bild kommt wohl gut an für euch war die bilder auf insta leute was da los hätte ich jetzt nicht gerechnet und scheiß mit gesammelt da bist du alles klar und da klar 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 ich es ist ich glaube da sollte ich du kannst uns ja richtung f h richtung nach rechts laufen warum bist du noch nicht auf den koninkern was da los am besten am besten die ganzen pflanzen und so alles abgerapschen was du so findest und abbauen vielleicht ein bisschen stein und ein bisschen zeug in holz da kriegst du levelst du mit abwäsche ich bin jetzt hier hier jetzt wieder hoch wir sind unterhalb vom fluss also ff3 g3 h3 wir sind die drei und die andere richtung also stimme sind die hier alle so aggressiv ganzen mobs hier wirklich die schlachten auch da die ganze zeit noch wer läuft davor oder ist ein komisches krokodil ich glaube das sollte ich auch mal solange du keine waffen hast du ordentlich hier ich weiß nicht ob es mit der axt handelbar ist ich bin erst bei e3 e3 f3 g3 h3 also e3 oder welche zahl bis jetzt noch mal e3 und muss auf der karte nach rechts laufen ja ich bin dabei aber hier ist ganz viel fels und so alles gut wenn erst mal versuch einfach ich überhaupt erst mal mit der karte auseinanderzusetzen ok läuft das spiel überhaupt ist gut flüssig weiß erwarte ich schon wieder so auf dem weg nach f3 hallo ist ja eine fahne versuch mal so dicht wie möglich am fluss lang entlang zu gehen genau wir sind gegen g3 in der mitte sind noch mehr fels gesprungen hier öffne ich habe meinen inventar ich habe zwei stellen keine gefunden kleidung das ist das wir sind jetzt f3 gleich in der mitte wir sind die an der brücke unten also ich bin irgendwo auf dem berg drauf die brücke oh mein gott es freut mich also wir sind direkt wir sind direkt eigentlich am sporn joni ist schon da oben ich bin jetzt oben drauf auf der brücke ich bin auf der brücke ich bringe einfach runter okay dann hat nicht wir sind einfach draußen besucht einfach draußen einmal drumrum zu laufen vom wasser wenn das wenn das zu flach ist oh gott ich hab's da hinten glaube ich gesehen ganz weiter hinten runterhüpfen sehen das ganze dann noch mal von vorne würde ich sagen ich bin gleich wieder da leute ich hab Bock auf mäd gerade mäd muss her meine damen und hören ich habe auch gesagt hast du wenigstens salto gemacht ja jetzt hat geklappt ich glaube hast du in game auch sprach aktivierung ich glaube schon einstellungen gameplay nee 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 das natur kampf und dann bewegungen menüs sondern kommunikation also zum reden drücken also bei mir ist es t bei uns ich hab dich einfach mal im dings auf mts auf low gestellt ich traube dir mal ein bisschen zeug nein dich doch nicht hier ich traube dir mal ein bisschen was und musste das sprach ding mal aufmachen das ist eine gute frage der ist doch nicht mehr da so ich muss weiter aus posten einnehmen es ist danke für deinen 15 monat dankeschön ok auf dich oh der kirschmann ist ja mal übelst lecker sag mal was ok hallo ist sie jetzt schon hier? nee jetzt müssen wir sie nochmal finden ist das so? ich glaub schon einen wunderschönen guten abend und vielen dank für den verlob wie geht's jetzt hin geben oder was? da ist es wieder loll genau immer rein den arsch also wenn wir das fair machen zack oh da bin ich gestorben cool da ist vielleicht noch ein zeug drin was hier ich bin ausgepackt ok ich bin dabei ziehe euch das haut ich ziehe euch die haut ab ok oh oh ich hätte dir fast so da wollen wir für mehr einschalten und sorgen im moment weil ja klar dass du eine frau spielst ja ich doch mal bitte ach ihr habt die thronen schon leer gemacht ok so dann würde ich mal sagen wieder ab nach hause mit schiller girl im gepäck und soll ich mich auch ausziehen nein achso ihr seid alle ausgezogen ok und ich bin die einzige wirkliche echte frau hier noch jetzt bin ich gespannt was hat aber sie hat sich wenigstens so gemütlich kenn ich pack nochmal aus die dinge guck dir das mal das sieht aus als würden die gleich platzen schiller girl guck mal was ist das und du hast ja genau gute blocken was nice nice wosen freundinnen ich lad sie mal ein hier komm rein in die olga oh my god ey pilfer wie geht's dir du gerade zuerst ich hoffe doch dir geht's gut oh ne das war treten oh wait ich komm mit der steuerung noch klar irgendwie irgendwo wird das schon werden ja irgendwann oh ihr seid ohne einen haken gekriegt irgendwann du bist mir reingelaufen wenn du ausgestorben bist und dich niemand mehr vermisst irgendwo zwischen Himmel und Hölle wird auch ein platz für wie uns existieren dann wollen wir los oder was nein stallaktiten 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 stallakoden mieten ja man das ist echt gut das muss ich noch mal runterladen das war so mega witzig da abend ja war der hallo kannst du mal nicht überladen scheiße ich bin überbelast ein stallaktiten in einer höhle im vorwachsende tropfstein sein gegenstück ist der von der decke in der stadt einfach irgendwas hier sind sie tropfstein von stallaknath spricht man wenn beide zusammengewachsen sind weins 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 ich habe ein schwert um mich weil er es nutzt oder so ich habe einfach mal die eier gekrault was was gekrault los mit dir ja steht er doch auf kenn ihr helder auf einmal rote haare ich habe bloß helme auf gehabt die ganze Zeit gierig gib mir die ex nee im bett du bist im bett achso ich hab jetzt erstmal zwei stunden schlaf und dann bin weiter gebummelt oder das ist sowieso wie ich dich kenne zwei drei stunden schlaf und schon ist sie wieder im stream und macht auf jeden Fall mit mit der mieter schmeckt echt gut der kirsch das wird schwer mit ja auch wie fand du den dann ich fand den geil okay du noch mehr eier habe ich überhaupt für den ping wo sehe ich das überhaupt ping dein ping den ping siehst du oben links bei deinen auf der rechten seite von deiner roten liste oder lebenslinge 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 6 5 5 unsere burg schon gefunden wir haben wir haben ja noch nicht wirklich wo ist eure burg in welchem gebiet dschungel wüste die heute einen peak von 600 letzten tage davor war es die hälfte das wird noch einiges mehr unten okay die haben wir noch nicht gefunden wir haben jetzt noch nicht anderweitig darum gehung gelümmelt ich bin auch hier ja ich bin auf der strecke geblieben weil ich noch charakter quatsch hier die dings da die katar wer gelootet hat und mir das feld geholt habe genau wie es hier ja und macht das aber aber hier in den spieler dann ist das genauso als würde ich dir ins gesicht furzen würdest du einfach zusammenzucken das war's ich habe schon wieder zu viel druck gesagt zwei blümchen rausgeschmissen ich kann auch leider nicht woanders hingucken aber ich kann es auch nicht verstehen wie eine frau sich solche ballons machen kann lassen machen kann ich krieg das bis heute nicht im kopf wie man das schönen könnten kann das gibt manchen finden das aber schön ja weil das das geht drei vier fünf jahre gut dann heißt es entweder rückenschmerzen dann heißt es auf jeden fall irgendwelche risse am körper denn ob die haut damit nicht ist auch nicht gut für den rücken absolut nicht sind wir auch schon gerade auf den punkt gekommen deswegen ist das ein vierer das war vierer hier oder nicht meine keule hier so künstlich ab nach bummelhaus mit ihnen oder ihr und ob sie die leise ist keine leise ist bewusstlos die wir sklaven jetzt sie den menschen die ihn einfach wenn du doppelt an die wand springst doppelt an die wand springst also mit leertaste dann kannst du auch klettern ich glaube es geht auch am baum guck guck ach so hast du schon ausprobiert alles klar ich hänge ich pack rum ich komme torte es gab tote und dann machen sie das sind noch so So nicht, ne? Gib mir dir 6 Gib mir dir ran dann Bustlumpen, schnappi Numpty numpty, ah ja, ok Armin ist knapp Alter, da geht es mir auf die Nähe Was denn? Kann ich mich da irgendwo mal kurz rein stellen? Ja, ne? Stell mich einfach mal hier ins Haus Ähm, ja ganz gut Impfung wurde auf Freitag verschoben Ähm Auch nie das Leben, wenn der Körper vorher schon Kann man sagt, nein Dann war kurz auf Karl Geht's dir nicht gut, Chloia? Warum wurde es verschoben? Möchte ich auch, ja komm dazu Kannst mitmachen, EP-Sammler Wir machen, wir erleben den Server ja wieder hier Wir wollen zocken, wir wollen Spaß haben, wir wollen durchdrehen So, dann muss man mal nachfüllen Das war den guten Auch den nack ich so gerne Das ist der originale hier, von Medabben Bauer Bauer Ne Mee 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 Der ist nur mit, mit Löwen. Ah! Ah! Spring! Oha, Chloe. Man sollte ja eigentlich... Aber wie jetzt? Das heißt, du wirst erst... Du wirst erst... Freitag gehen, oder? Oder wie darf ich das jetzt... reden? Machen die Pfeile damage bei dir? Ne, ne? Ich sehe deinen live nicht. Ne, am Freitag. Nice. Nur Schmutzpfeile und Schmutzbogen eigentlich. Mit seiner Keule. Er haut ab. Ich mach die Tür zu. Haben ihn in der Falle. Was habt ihr gerade? Das ist geil, meine Brüder und Schwester. Boah, der ist einfach so gut. An Schleichen? Warte, ich mach den Ninja. Du machst den Ninja. Ah, ich bin schlechter Ninja. Spider-Man. Spider-Man. Oh, fuck. Die hat Haare unter der Arme. Das ist ja wild. Angriff! Aus dem Hinterhalt. Du hast aber noch mal Glück gehabt, Chloe, ne? Und ich hoffe doch, du verträgst sie dieses Mal besser. Drecksimpfung, ganz ehrlich. Hast da auch null Bock drauf. Ich hab ja das Pech gehabt. Ich hab ja gedacht, die schlägt bei mir härter an. Aber bei mir war es halt nur Müdigkeit in mir. Also Müdigkeit und Arm hat weh getan. Das war's. Ja. Denn die war ja zu dem Moment halt zu Besuch bei mir. Ja. Müssen wir so schnell wie möglich wiederholen. Verpeilte Bummel hat die ganze Zeit bei Mario Kart verloren. Bis auf zwei Mal. Ja, das lag an der Impfung. Ja. Hattest du auf Insta jetzt nochmal geantwortet, Chloe? Ich hab mich beim The Witcher Schwert geschnitten. Und ich habe mich bei den Schwert geschnitten, was Reddy mir geschenkt hat. Dieses File Fantasy Schwert mit vier Teilen. Da hab ich mich ein bisschen öfters geschnitten. Sogar beim zusammenbauen. Nee, okay. Die eiern einfach hier so wehen. Das sieht so ulkig aus. Als hätten die ein Eigenleben, oder? Ui. Die haben ein Eigenleben. Was denn da los? Ja, die Drachenlanze. Seierlich, das gefällt dir, oder? Scheiße. Scheiße. Ja. 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 Ich hab mich nur gewundert, äh, naja, weil, ähm, mir gibts, äh, Freitag dann wieder. die so die daumen chloe dass du nicht wieder ins kackenhaus landes wie diese drecks impfung jetzt mal ohne flachs hast du hast du wenigstens jemand der sich um den kleinen kümmert hochgefahren ihr habt ja die carrera waren ich habe mich auf jeden fall beschäftigen mit den ganzen tag nun karierabahn fahren mit dabei dabei ist prima Geräusche? Ja, also wenn, wenn, dann wäre es richtig kacke. Also wenn, dann wäre es richtig kacke, wenn, wenn, wenn du den Kleinen nicht mitnehmen kannst, ne? Das wäre halt mega, mega shit. Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen gerade, weil letztes Mal war ja auch da ein riesengroßes Theater. Die Schufte, gelber Typ. So macht er nix. Welche? Der gelbe Typ. Ich mach doch was. Der hat nix gemacht. Der gelbe Typ ist ja schon raus? Ne, der Typ da, ich musste hier die Hölle von alleine in Gang stecken. Der Gummibär, Gummibär, Trank, oder? Gummibär. Ich hab gestern noch ne Stunde oder so alleine gespielt, hab mir so nen Trank reingepfiffen, oder die ganze Zeit. Weil ich da gegen irgendwelche Mobs gekämpft hab, die mir den Arsch versohlt haben. Ich stand hier irgendwo so im Busch, Alter, und schmeiß mir so nen Dings rein. Dann ist mir das so eingefallen mit diesen Gummibären, Alter. Hüpfen hier und dort und überall, sie sind da, wenn du sie brauchst, das sind die Gummibären. Äh, meine Ärztin hat mir gesagt, dass... Ich hab noch zehn, danke. Ja. Ich hab auch noch, glaub ich, bei Stuck Zeug zum Machen da an dem Dings. Ja, das lagere ich ein. Pudi, Pudi, Pudi geht momentan noch nicht. Ich hab immer noch das Stream Deck nicht eingerichtet. Pudi, Pudi, Pudi geht momentan noch nicht. Ich hab immer noch das Stream Deck nicht eingerichtet. Pudi, Pudi, Pudi geht momentan noch nicht eingerichtet. Oh, ich hab ja noch immer kein Oberteil an. Ups. Hey, Konoline, du geile Zuckerstück! Was geht? Alles gut bei dir? Ja gut, äh oder du drehst die sense ein bisschen runter und du weißt wie das geht ach so ja das schlecht das bloß immer dass man das verrafft denn zu drücken wenn man gerade quatscht ja es hat wieder mega bullshit was bei chloe abläuft aber gut das problem ist halt dass das ist halt so extrem ansteckbar hier das hat scheiße na ja das ist ja das ist ja genau das ist ja genau das was sich halt immer widerspricht man sollte sich impfen lassen obwohl es halt auch nicht gut ist für den körper ist es ist halt einfach so du kannst du einfach nichts gegen machen das ist ja das große problem momentan oder einer der großen probleme sag ich jetzt mal ich bin auch gezwungen gewesen mich zu impfen damit ich mehrere aktionen mit meinen paaren dieses jahr starten kann dass ich im studio fahren kann und damit wirken kann und spaß haben kann ach du brauchst schon brauchst eine dreifache impfung um ein expert reinzukommen kommst du nicht rein und du warst du warst du warst du warst vor einer woche da hast dein pc gekauft dein pc schmiert ab du gehst hin und vergisst deine scheiß deinen scheiß ausweist du kommst nicht noch mal rein kannst vergessen wir waren die fortbildung heute und ep sammler wie geht es denn überhaupt erzähl doch mal das alles sagte knackig bei dir schlittig sind sie immer einfach alles und sortiert ein wenn ich hier der müll einmal aber du kannst jedoch die ja ja aber es ist halt einfach irgendwie schwer das irgendwie so hinzustellen weil man möchte ja auch sicher sein vor den ganzen wünsch hier aus den kisten natürlich wenn du da irgendwas bauen willst nimm ein auto über dich gefahren ja sieht man das soll ich fragte ihn wie es ihn geht und er sagt auch ein auto über mich über gefahren ist alles klar geht so geht es aber nicht gerade die stein durch zum heute stein ab heute messer oder was damit kannst du halt besser tiere heute das soll und sowas bist du das kommt hier hinten sind irgendwo aloe vera pflanzen hier zum beispiel die endlich mal ab ich mache die mal weg hier alle die kommen dazu die hast du so einen aloe vera pflanzen zeugs gekriegt also von dieser pflanze pflanzen fahrsamen dann sind wir alle aloe vera blätter nicht damit kannst du so eine heiltränke machen wenn du wenn du drückst ist ja da rechts mit waffen und rüstung und mit materialien und bei verbrauchsobjekte dieser schwache aloe extrakt er hielt dich wieder hoch weißt solltest du eigentlich ein paar von haben ach da ja okay ich habe eine er braucht drei blätter für allerdings hier ist noch eine kiste und dahinten liegt noch eine leiche und eine kiste so noch zeugt drin jeder schwert dabei was sie schon mal level abgekriegt oder so 12 hast du schon mal bei attribute und talente was gemacht attribute empfehle ich dir als erstes belastung zu skilln einmal drücken und dann steht ja oben bei den reiter links dein inventar und daneben steht attribute und da kannst du rein skilln hast wie viele punkte hast du 13 weizen ja für summe auf belastung zu gehen oder ich ja genau habe ich jetzt abskeln können bis zum ersten punkt weiß dass er schon mal was dann bist du nicht mehr so schnell vollgeladen weiß hast du schon stein abgebaut mit deiner picke genau einfach mal draufhauen hier auf die das habe ich dir vorgezeichnet hier kam nichts raus also ich ja fast so aus wie aloe vera genau die axt er muss einfach mal versuchen das so dass du irgendwas baust auf der auszeit sagen wir haben immer verständnis dafür ist auch kein problem womit schon mal was ab wenn du zeit hast mach ich sofort ich muss doch dennoch alles meiden weil ich ja keine und das ist halt das blöde wenn man kann im momentan ist das alles mit impfen obwohl das alles nicht widerspricht auch wenn auch wenn du geimpft bist muss man halt bei den meisten sich testen lassen es ist halt einfach es ist halt einfach ein bisschen wir haben alle fangen leiden wie geht es dir bei olis warte geil na schiller göllchen guck erst mal ich guck erst mal kurz prozent aber sagen überhaupt kein problem wir verstehen das vollkommen wenn du auszeit brauchst alles gut wir laufen die definitiv nicht weg okay und so baue ich jetzt was ach so bei ihm zum beispiel drückt man nochmal und dann hast du ja talente also bei oben rechts neben attribute und da kannst du bei bau zum beispiel so was weischalten oder überleben dass du dir vielleicht ein bogen freischalten die bei raffen bogen freischaltest oder so ich weiß nicht was mag musste ich musste ich mal umgucken da ein bisschen man da sind auch viele dlc sachen drin finde ich total schmutz dass sie das angezeigt da kannst du denn wie gesagt ein schwert bei skillen bei waffen dass du dir ein schwert bauen kannst oder so oder hast ja jetzt erst mal eins genau und den zwirn kannst du aus pflanzenfasern machen und das findest du auch wieder bei oben rechts bei materialien da ist denn ganz rechts ich glaube du hast nur zwirn bis jetzt da brauchst du drei pflanzenfasern verein habt ihr keine pflanzenfasern an der küste pflanzenfasern sollten eigentlich auch irgendwo sein ich weiß nicht vielleicht haben wir alles zu zwirn gemacht das ist glaube ich alles zu zwirn verarbeitet wollen aber die pflanzenfasern kannst du einfach so sammeln hier hier brauchst du einfach nur was hier aber die käfer kannst essen aber die bienen würde ich nicht essen glaube ich ja aber die käfer kann man essen dein wasser schlauch musste in der liste ziehen und dann ins wasser stellen und dann deine taste drücken und dann füllt er den wasser schlauch wieder auf okay die attacke gib zu du hast dir voll eingekackt als ich aus dem busch gesprungen bin ich habe jetzt so ein komisches zahnrad wieder stehen so dass du hast wahrscheinlich hast wir in der tasche doch das werden kannst du dir aus der kiste denn es deine käfer ist sie oder er kann es einfach rechtsklick drauf machen oder so aber er ist nicht die bienen wo hast du das hingefahren ohne ich habe ja noch gar nicht gesehen krasses scheiß krasser scheiß komo die letzte sechs bin ich stecken wir jetzt so wir brauchen noch eine tür schützt mich der böse ioni will mich schon wieder man dafür steht er mit herr Der Trickshot. Es ist schon mega hart, dass es solche Leute gibt, die einfach das ganze fälschen, um den ganzen Weg zu gehen, oder? Ich meine, ich verstehe das, aber ich bin ja auch der Mensch gewesen, der sich nicht impfen lassen möchte oder impfen lassen wollte. Ich bin ja auch nur gezwungen gewesen, bin ich jetzt auch doch gezwungen. Ich verstehe das schon vor allem, dass man sich da halt einfach irgendwie dementsprechend etwas suchen, damit sie halt das ausnutzen können, den alltäglichen Alltag halt wieder ganz normal zu leben, wie vorher halt auch. Aber was ich halt einfach an dieser Sache unverstehend finde, dass mittlerweile Dokumente gefälscht werden, um halt den Gast aus dem Weg zu gehen, um in jeden Laden zu kommen oder meinetwegen auch in Urlaub zu fahren etc. Einfach, das ist, also das für mich, das ist für mich ein absolutes Logo. Ja, Bettgöller hat er nicht gerade unrecht. Äh, du musst, du musst, äh, erlegt mal ein paar Hirsche da oder sowas, genau. Genau, ach so. Ich hab nichts gesagt. Jetzt mit ihm besser klein machen. Wo? Wenn ich die Treppe hier sehe, dann muss ich an Harry Potter denken. Kennt ihr die große Treppe, die sich immer umstellt? Du musst ihn auch hier, den Kadaver musst du noch zerlegen. Mit dem, mit dem Kirschenhermesser. Genau. Und den anderen auch. Ja, ja. Weil ich, ich gebe nur weiter, was ich hier ausgefunden oder mir gezeigt wurde. Ich jague Ioni. Mein Gesicht! Ne, doch nicht. Ey, ich fäll mal den Baum. Wo bist du? Fäll mal den Baum, auf dem ich hocke. Ich bin hier hinten am Baum. Fäll den mal, wenn ich hier drauf bin. Alles klar. Okay, oh my god. Bitte was? Why not? Ich wollte es mal testen. Jetzt halt das falsche gefettfingert hier. Geh mal auf den Baum, hier. Ich wollte ja nicht ganz drauf. Darauf hat er die Schminke nicht verwischt ich hier. Okay. Ich hab dir mal geschrieben, komm was. So, alles geklärt, ähm, hab auch keine Lust mehr. Ich zocke jetzt, äh, kurz, um mich abzulenken. Was willst du denn zocken? Hau raus. Was willst du zocken? Bissilein. Ich bin noch mal alles bauen hier. Hast du gesehen, wie weit das Teil geflogen ist? Warte. Du bist so ein verdammt, der Glückspilz. Unglaublich. Du bist so ein Glückspilz. Komm, du weißt schon, dass die so, so. Also ich glaub, das ist die. Also wenn das die reine ist, dann kostet die ungefähr 180 Euro. Wenn das die, 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 die so diesen Mittelstandard hat, dann liegt die bei 70 Euro. Und wenn das die Billo ist, dann liegt die bei 30, glaub ich, 35 Euro. Also die, die Halskette. Mega geil, aber das Armbatt im Prinzip mir auch mega. Hat so ein Glück, der Limmel, ey. Und der Ring ist auch geil. Und so einen hab ich ja, ne? So, ich hau mich jetzt einmal ein paar Stunden hin. Bis später. Bis später, Lennrachmann. Hilf mir. Hilf mir. Nein. Was du haust ab, Bummel? Nein, nein. Dann musst du halt wasserfeste Schminke benutzen. Und sagen. Dankeschön. Deswegen ist einer hier. Deswegen ist einer. Das gesamte Set kostet so 155 Euro. Danach ist das das Mittelmaß, ne? Das ist das Mittelmaß. Aber trotzdem geil. Also die Kette ist richtig gespielt. Eigentlich eigentlich alles rein. Eigentlich alles geil. Eigentlich alle geil. Eigentlich alle geil. Eigentlich alle geil. Destiny! Und Aggression los. Ich hätte erst gesagt, jetzt kommt Counter-Strike oder sowas. Siehst du diese komische Wand hier drüber? Ja, ja. Ist das eine Dungeon oder was? Ne, das darfst du nicht durchlaufen. Ne? Das bist du tot. Achso. Boah, ich wollte das gerade exploren. Ja. Ihr könnt gerne mehr kommen. Das ist eine Attraktion auf Conan Island. Diese grüne Wand tötet sich. Achso. Das ist ja wild. Ich habe gedacht, ich wollte da jetzt hochlaufen, aber... Oder beziehungsweise renne ich ja bloß mit. Da ist das gefährlich. Das ist gefährlich. Oh, IP. Danke schön für die 50. Bitte Rhinos. Danke schön. Und Lady Drachenlanze. Mögens du von wertigen Menschen träumen. er hat ich werde dich in deinem Träumen heimsuchen kommen die können so ein als geiler liegt das halb tot so ich nehme einfach die nächste einfach hoch den kastanienhonig weh jetzt werden wir uns mal richtig die haben wir schon mal dann müssen wir nicht viel zu erklären der kastanienhonig meh hat wirklich so einen leichten bittergeschmack ist aber wirklich wieder extrem süß sagt er halt auch wirklich mit aus mit natürlich aus honig hergestellt was natürlich das ganze wieder für mich vorzüglich macht denn ich bin ja eigentlich nicht so der alkohol trinkert aber wirklich mega klasse und der kastanienmeh der kastanienmeh der ist wirklich ultimativ die sind zäh die viecher ne keine ausdauer mehr aber ich habe noch live er hat nichts mehr er hat nichts mehr schönes ding zu dritt geht er allein habe ich immer eine fresse gekriegt die haben nicht mehr die sind die Das war's. Oh, was zu trinken? Hat der mal was dabei? Ja. Danke. Bitteschön. Ach so, du hast auch gar nicht. Du hättest noch Schrägstrich Set Home machen können. Dann kann man sich immer mit Schrägstrich Home wieder zurück teleportieren, weißt? Hauptsache, du hast es jetzt nicht auf den Stein gemacht. Ja, hätt mal auch genug. Ach, wir sind ja gar nicht weit weg. Hey. 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 Und das Internet ist wieder weg von das Ding. Oha. Oha. Hey. 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 was machst du mit der ganzen tierhaut kannst du irgendwo in die kisten rein stopfen und zu viel hast glaube ich auch noch ein bisschen was seine taschen so Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn du Fleisch brauchst, dann nimmst du was aus der Kiste und hier unter der Treppe ist so ein Lagerfeuer. Da kann man Fleisch machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nee, ist bei 59% Untertitelung des ZDF, 2020 Vergiftet? Hast du Bienen gegessen? Nö das ist nicht bestimmt an ionis honig die 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 Und deine Milchtüten aus meinem Gesicht. Geht erstmal zwei saftige Nierenhübel. So Bummel, was geht denn noch? Was gibt es hier, was ist hier los? Ja, was geht denn noch? Wir machen jetzt Umfug. Ich bin fast tot, ich habe nur 36 Punkte. Nimm so einen Aloe Vera Extran. Ich hatte ja nur einen. Ach so, dann... Ich würde jetzt vorschlagen, wir ziehen in den Norden. Ich brauche dir doch welche. Hier sind noch zehn Stück. Wo bist du? Irgendwo da sicher, oder? Wir sind noch zwei, ich trage die... Fuck. Hast du dir schon ein Bett gebaut hier, Shiller Girl? Shiller Girl? Äh, wisst ihr jetzt noch nicht, nein. Ähm... Erklärt ihr mal das mit einem Fasernbett, Leute? Das brauchst du nicht erklären, alles gut. Also weißt du, wo man das baut, das Faserbett? Ja. Dann baust du dir eins und packst das in die Hütte rein. Jetzt hier ist das doch irgendwo. Du schmeißt und in diese... Ne, du brauchst, du brauchst nur einen, nicht alle zehn die rein schmeißen. Oder was? Eigentlich brauchst du bloß einen und die... oder zwei. Und die Leiste füllt sich dann gleich wieder auf. Äh... Klinisch wird okay, okay. Ähm, braucht ihr Rüstung, Shiller Girl und AK Kenny? Wird im Chat gefragt. Hallo? Nö, ich hab Rüstung. Aber er hat ganz... er hat ganz dicke Rüstung. Wo ist er hin? I follow, I follow you. Oh. Äh... Kaum muss die Burg laden. Das ist nett gemeint, ich warte hier. Ich lass mich doch nicht von ihm da an seiner Schleuse einsperren. Wie pummel gestern. Wie komme ich denn auf dem Chat? Äh... Wie komme ich denn auf dem Chat? Äh... Wie komme ich denn auf dem Chat? Äh... 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 Ja, ist doch... Ja, das hab ich schon gesehen. Ich wusste noch nicht, wer der Chat ist. Oha, wie einfach grad das Insta explodiert schon wieder bei mir. Was ist da los? Gefällt es euch so sehr? Jetzt mal ohne Flachs. Was soll ich das sehen? Mega cool. Ich hab nicht gedacht, dass es so gut ankommt. Äh... Fotos mit einem Horn machen. Nachher. Äh... Aber komm, das ist jetzt die zweite Bemalung, die ich jetzt gemacht habe, Leute. Und äh... Beim nächsten Mal bekomm ich's noch besser hin. Vielleicht krieg ich's ja morgen hinten da, äh... Äh... Mit... Mit Blut und so zu machen. Einfach. Oder halt so Blut getränkt. Och, das wär auch geil. Wie die eigene Zähne von Vikings. Von... Von Iva. Der Knochengroße, wo er... Wo er da sitzt und es regnet. Und die Leute stehen vor ihnen, haben Schiss ihn an... äh... Ihn anzugreifen. Weil... Weil sie wissen, wer er ist. Ist einfach so ne epische Zähne. Hellraiser. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Ich hoffe doch gut. Das trifft gut, Hellraiser. Ich bin zurück. Wir sind gewaffnet für den Kampf. Wir sind gewaffnet... Für die Aufgaben des Lebens. Wir sind bereit, unseren Weg weiterzuführen. Für Ehre. Für Odin. Ich glaub, die ist hier zwischen den Zähnen. Ähm... Ähm... Das haben wir jetzt erstmal gelöst, um... Ähm... Ähm... Kurz und knapp. Es geht darum, ähm... Ähm... Dass ich keinen Bock hab auf diesen Shitstorm. Dass wir jetzt, ähm... Ähm... Darauf reagieren, um halt die Bots, die hier manchmal oder ab und zu zu, ähm... Ähm... Dementsprechend darauf zu reagieren und äh... Sachen zu ändern. Ähm... Ähm... Ich verstehe sie aber auch vollkommen. Ich würde... Als... Als Benutzer vom Twitch... Sagen wir jetzt mal... Auch wenn es jetzt meine... Meine Zuschauer kostet... Danke, Digga. Ich selber würde niemals meine Handy-Nummer irgendwo verifizieren, wo ich mir nicht sicher bin, dass ich das überhaupt will. Und dein Ding sieht auch sehr geil aus hier. Also alleine schon dein Tor. Aber kurz und knapp. Wir bekämpfen hier momentan die Bots und äh... Da reagieren wir momentan ganz hart drauf. Reaktion. Kampfbewahrung. Angriff. Zugriff. Hallo, Angerchen. Lass du dich anrufen, Anna. Also doch, ich war... Pass auf, ich war auf ein Kindergeburtstag. Ich war auf ein... Ich war auf ein Kindergeburtstag, Anna. Und die haben mich als Katze angemalt. Mal raus. Was die konnte? Ich wちょっと. H pairierteneien rum. Endlich. 助che, muscle. Ausglättuvre, Schlüssel ambulanz Auslteintes. Also, ich denke mal, wenn das jetzt wieder hell ist, Kenny, Ayo und Chillagrel, dann machen wir uns mal auf den Weg in den Norden. Dann können wir da ein bisschen rumpfuschen, ein bisschen rumbasteln und auf jeden Fall eine kleine Base errichten. Ich würde sagen, wir bauen da auf jeden Fall wieder an der Eisenmine, also nicht Eisenmine, sondern Eisenvorkommen, wo halt die reine Explosion ist an Unmengen Eisen. Und da werden wir einfach wieder was hin schnuppelt, damit wir gut farben können und dementsprechend gute Materialien sammeln können. Anna, wie geht's dir? Vielen Dank, Bruder. Ich hoffe doch, er war gut. Skull. Odin. Begebt mich mal wieder zu den anderen, ne? Kommst du mit, oder? Welchen anderen, was meinst du? Na, zu euch. Ich bin doch hier bei, bei Sibis. Ach so, du hast gerade in der Sprachstabding geredet, oder was? Ja, ja, ja. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. Ja, ich war sehr unsympathisch, wenn ich schon wieder auf dem Handy gucke, Leute, aber es muss gerade sein. Ähm, wie lange dauert eine Nacht? Geht eigentlich relativ schnell vorbei, wenn du mal nach oben guckst. Der Mond, der zieht eigentlich relativ schnell rum. Also der Tag, der dauert bestimmt vier, fünf Mal länger. Kannst du dir auch eine Fackel bauen, ne? Und dann kannst du auch, kannst du auch eine Fackel bauen, die ein bisschen besser ist. Oh, was hier los? Oh, was hier los? Oh, was hier los? Spiel holen. Sponsor bei... Ooof, cohoho, cohoho. Wartee, ne, sponsor. Warte, ne, sponsor... ja dann würde ich doch dann will ich doch mal sagen da machen wir doch direkt mal so eine combo draus dann komme ich direkt extra so fürs anmalen zu dir um mich mal vernünftig als katze anzumalen vielleicht kommt er nicht nur dass die reifen spuren dabei raus das wäre doch mal eine maßnahme oder so wir können eigentlich schon loslegen theoretisch wir können loslaufen leute ich habe den dicken erding ich kann dich auch an meinen kommt vorbei vorbei und du weißt du weißt ja wo ich wohne oder kannst du mich auch als dinosaurier und ich wollte schon mal immer ich wollte schon immer mal ein dinosaurier sein ein furanosaurus rex aber hey wie geht es dir alles gut bei dir wie läuft was macht der shop ich war nur pümmelbilder okay meins das steht mir arbeit arbeit und noch mal arbeit die königin wurde vom könig empführt am ende siegte er es ist vollbracht er hat die flachen zeigt sie sollen sie uns verdammeln doch wir sterben die doppeln und dann können wir eigentlich los hirschen und das schon wieder so du willst nicht wissen was ich für diese rüstung getan habe hast du recht weiß selbst nicht wie ich damit leben kann wenn ihr schon los gerade den pfeil aus interessieren wir interessieren uns für ihr krasses fährt das ist ja auch die lippe weg Da bin ich wieder. Willkommen zurück, du geiles Stück dir nah. Willkommen zurück an der Tafel von Odin. Bummel. Wie krieg ich das? Entschuldigung, dass ich die untergebrochen habe. Willkommen an der Tafel von Odin. Wie krieg ich das Schwert repariert? Also wenn ihr noch einen Moment braucht, dann geh ich noch mal kurz. Machst du die Schmiede rein in Maisheile? Werkbank eines Schmieds oder was hier? Verbesserte Werkbank eines Schmiedes. Das ist ein Dingschwert, das kann ich nicht reparieren. Ne, schade. Wir müssen das erstmal so vor Olib nehmen. So, auf geht's Leute, dann lass uns mal losradeln hier. Ich weiß nicht. Ist Schilger jetzt gerade weg? In der Güll? Die ist bestimmt gerade für kleine Mädchen oder sowas. Ich habe oft geträumt. Du bist überlastet, weil Bummel auf mir drauf stand, warte. Ich wende. Achso, ja, du. Lol. Ja, überlasse. 327 Kilo. 130 Kilo. So, 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 so. Jetzt ist sie jetzt. Chiller Girl, Chiller Girl, Chiller Girl. Ach, Mann, dann denk mal, kann man losgehen? Hä, warum fehlt jetzt mein Kopf hier? Was habe ich getan? Hallo, wo ist es? Ich seh in dein Herz, siehe gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wer fässt mir am Sack? Die ist ja wieder angezogen. Oh, doch nicht mehr. Das habt ihr euch selber verspielt. Ich glaube, ich muss einmal los. Soll ich mir was überziehen, Leute? Ich ziehe mir jetzt extra nur für euch was über, ja? So. Weil ich habe meinen Kopf verbummelt. Muss ich nochmal Ayo fragen. Das ist alles gut, finde ich. Hallo, ey. Äh, äh, hallo. Hi. Hast du die Rüstung, die du anhast, hast du die gerade mit? Nee. Ach, schade, verdammt. Ich habe irgendwie meinen Kopf gerade verbummelt. Hm. Warte, sieh den nicht? War der Chiller Girl, den nicht? Nee. Mir war so vorhin so. Vielleicht wird es noch nicht mal anwesend. So. Gewinnspielrunde, Leute. Ob ihr wollt oder nicht, ähm, wer, ähm, wollt ihr auch mitmachen, Kenny? Gewinnspiel, wollt ihr ein Steam-Spiel gewinnen, Leute? Ich lasse anderen in den Vortritt. Okay, lasst ihr anderen in den Vortritt. Leute, jetzt habt ihr die Möglichkeit, ein Steam-Kate zu gewinnen. Ähm, wir werden jetzt ein Intro abspielen. Und wer mir als erstes zum Chat schreibt, was für ein Intro das ist oder welche Serie es ist, dann bekommt von mir ein Steam-Kate. Also, ich fache nicht lange, ich frage nicht lange, ich werde nicht drum weiter rumwuscheln, die Duscheln. Also, Film ab. Gott, hab ich mich erschrocken. Freunde. Freunde. P-P-P-Pura. Oder lachen. B-P-P-P-P-P-Pura. Ich sing war jetzt komplett. als nächstes schläger wieder da noch nicht so lange fahren wir hier noch ein bisschen ach so wie weh glückwunsch lebe zu sie wollen wir gleich noch ein machen wir die kombi vielleicht noch mal direkt noch mal die leute hat das schön auf den platz sie können dir das war halt eine mega so okay das ist das ist schwer aber ich glaube das ist das ist bei uns wirklich sehr rumgegangen ich sag jetzt einfach mal schön ab ja nächstes 7 leute wir wollen jetzt vorm lauf einfach noch mal raus hier also gönnung hier 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 Das war's für heute. Die Zeit, Chloe. Das war's für heute. Ich böllere jetzt komplett raus, Leute. Auch die Wollt, oder nicht? Ich knödel hier jetzt einen raus, damit... Nee, das hilft noch nicht. Ich suche jetzt einen raus. Ich suche jetzt einen raus, Leute. Hüttenblas ist die Frage. Oh nein, er hat mir wünscht... Diesen Spruch sag ich gern. Ich bin nie als modern. Ich bin nie als modern. Zeig doch um, du griffst mich nicht. I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck. und der brain 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 und das wäre das wäre schon erkannt was jetzt kam ich auch trotz ist mir egal ihr werdet auf der ersten sekunde auf der ersten sekunde wenn es definitiv herausfinden und ein pro tag ihr einen wunderschönen guten abend ich muss ich muss einmal kurz leise machen ich bin ich bin gespannt wer am schnellsten ist das sind wirklich millisekunden jetzt ich hoffe doch ihr habt eine gute internetverbindung ok seid ihr bereit leute seid ihr bereit auf 3 1 2 du bist unser held du kämpft nicht und jetzt die technomucke das war die gute alte techno zeit leute werden wir kennen die das geheimnis der dragon ball zum kuckuck du bist unser held das ist so schade du kämpfst nicht tapfer durch die welt der tipp ist auch geil das geheimnis der dragon ball das geheimnis der dragon ball zum kuckuck du bist unser held du kämpfst nicht tapfer durch die welt so dann auf jeden fall thanks okay ich mache wie machen noch eins oder wo ich los müssen die nirgendwo eins machen und ich habe immer noch 120 cases für reform für diesen monat Ok, pass auf, 1-1 machen wir noch und dann legen wir los, versprochen. Was haben wir denn noch hier? Was können wir denn hier anmachen, Leute? Das wäre aber auch zu einfach. Ich finde so gleich wieder irgendwas, was einfach total toll ist und das erkennt man wieder auf Anhieb. So viele Kinder. Wenn ich da so reinschaue, ne? Dann werde ich halt einfach wieder direkt neun herreise. Warum neun, weiß ich auch nicht. Ich habe was gefunden, Leute. Warte, ich habe was gefunden. Noch nicht. Warte mal, ich guck mal noch weiter. Oh Gott, wie süß. Oh mein Gott. Ich habe diesen Song gehasst und wir werden diesen Song, wir werden jetzt diesen Song abspielen, Leute. Ist mir scheißegal, wir spielen ihn jetzt ab. Wir spielen diesen Song ab. Ich weiß nicht, manche Leute werden jetzt aufgeben wie so ein Hefekuchen, aber ganz ehrlich, ich habe ihn gehasst. Ich weiß nicht warum, aber trotzdem hat man immer wieder einen Ohrwurm gehabt. Ich weiß nicht, warum ich davon einen Ohrwurm hatte damals. Ich habe diese Serie irgendwie gehasst. Immer wieder aufs Neue. Immer wieder aufs Neue. So, Film ab, würde ich sagen. Ich habe ihn gehasst. Ich habe ihn gehasst. Ein Glücksbächer sein. Ein Glücksbächer sein. Jetzt muss ich den Song hören, der mir glücklich ans Herz geht. Dann machen wir aber die Hardstyle-Version an. Gönnung. Hier kommt zurück, Kronoline. Und GZ an die Gewinner, Leute. GZ? Wie oft habe ich mich gequält? Ich lag nächtelang zu Hause und habe überlegt. So, geht es los jetzt oder wie geht es los? Ich habe mich mit mir einfach nicht klar, nur weil ich sage, was ich denke, mit meiner direkten Art, auf was ich heute weiß. Oh ja! Oh, die Serie haben wir letztens schon drüber geredet, Chloe, ne? Das ist so geil. Mit diesem Auge. Das war so witzig. Wenn du ein anderes bist, lass sie einfach reden. Einzigartig. Und die anderen sind es nicht. Und die anderen sind es nicht. Und das ist nicht so geil... Ich muss um Fuji, ichille sehen einfach alles und einfach bewusst Jedi hat. Was ist das? Oder was ist denn IG Kolben gewünscht? Geil, Leute. Wenn du etwas Besonderes bist, lass sie einfach reden. Geil, Leute. Geil, Leute. Geil, Leute. Geil, Leute. Deine Geil, Leute. Was ist das? bei denen muss aufpassen ich spring dir manchmal auf den kopf rum gefällt es wieder runter das ist nicht gerade unwahr oder? ok wir lassen das einfach mal ist das nicht was ich gerade offen hab? ich hab keinen spotify gerade online ich denke mir das wird sein oder? ist es das? ich würde da so ein geier runter schießen jetzt hab ich einen getroffen nice 500 punkte ich glaube ich bin keine frau ach geht das weiter oder was? ich bekomme 100 nachrichten vom freunden wie ist das bei chloe? schreit 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, Digga, wo du bist, sind wir noch lange nicht. Ich seh euch doch aber. Boah, ja, nein, vielleicht, das kenne ich noch. Definitiv. Ich hab, ihr werdet mir nicht glauben, ich habe, ich habe wirklich noch eine Mappe mit unzähligen, ist kein Witz, unzähligen Briefen aus meiner, aus meiner Schulzeit. Wirklich, aus meiner Jugend. Sag ich mal, ich bin, ich bin ja aufm, aufm, also wir sollten, wir gehen nicht zu dicht dran. Ich weiß nicht, ob wir die bekämpfen sollten, weil ich hab kein Medic nix mit. Hat gerade Chillergold draufgeballert, Chillergold, die macht die One-Hit, das weißt du, ne? Los, Ajo, kloppt drauf. Oh! 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 wir sind kaktus das teil das war das ein schwert dein böses schwert besser als ein ax glaube ich ich tausche gegen zeichern oder wird seiner von euch haben ich würde es nehmen ja weil ich willst willst du denn hier das ist auch blablabla ich gebe ich ihr das kohlen schwert oder dann gebe ich chill das kohlen schwert oder wird ich wollte hier ist ja nur aus fangen ach so warte hier ist wieder gehör ich trau dir mal ein schwert habt ihr auch bock auf party mucke auch wenn wir schon zehn millionen mal gehört haben wir haben noch den originalen wir haben noch den originalen hier moment wir schauen noch mal ob wir können wir sind das ja wir müssen wir das die die wir 1, 2, descend! 1, 2, descend! 1, 2, descend! 1, 2, descend! 2, descend! 2, descend! Hat er Angst vor dir oder was? Ich hab keine Ahnung. Wow, was ist da los? Das, als wenn die Boxen durch sind, Ölle. Okay. Okay. Der runterrollt. Ähm, also hier oben sind noch mehr, ne? Oh? 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 Die sind da! Wir sind da. Weh, wir sind da. Weh? Darf ich schon weiter? Äh, hier oben sind wir ein bisschen Stöckchen hoch gegangen. Ja, die sind da im Dorf oben oder was? Willkommen an der Dabbel von Odi. Schön euch wiederzusehen. Everybody? Everybody, weiter zur Flur in Kika. Skullover. Untertitelung des ZDF, 2020 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 schon lustig goldöl dämonenblut saftig ja eine fliegt da oben ich habe auch nur noch 50 können 25 abgeben ich habe so viele auch wieder zweideutig klingt ich 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 Was ist das? Was ist das? Ja, mittlerweile haben wir das so eingestellt, dass das einfach, das ist der Kampf gegen die Bots gerade, deswegen haben wir das hier verifiziert, dass die Bots hier keine Chance haben, hier einfach Zugriff drauf zu bekommen, Leute. Nicht wundern, ist das einfach jetzt erstmal paar Wochen, paar Monate ertragen, dass dieser Bullshit nicht hier aufhört, dass ich diesen Shitstorm nicht mehr ertragen muss und Anschuldigungen mir am Kopf werken muss. Habt bitte so viel Verständnis, dass wir das hier so machen. Ansonsten bitte ich die Leute, die jetzt auch noch die ganze Zeit im Lurk sind und brechend halt einfach nur zuschauen und nicht schreiben können. Danke auf jeden Fall für den Support und danke für eure Anwesenheit. Liebe geht auf jeden Fall raus. Kuss auf die Eichel. Ich liebe euch. Liegt das am Meter, warum ist es so warm? Stimmt. Ich denke immer, ich fackel die Büsche ab, ich muss sich an der Nicaros denken, ne? Ja, ja. Äh, Chilager, willst du noch Pfeile haben? Ja, bitte. Hier, ich dropp dir ein paar. Sag ich gute Arbeit. Könnt ihr mal bitte ein paar Helzen droppen für unseren Moderator Daki grad für die ultimative Mega-Mod-Arbeit gerade leistet? Ihr könnt das ja gerade nicht sehen, aber es werden gerade der zu viele, viele Accounts gebannt auf unseren Channel. Ein paar Helzen für Daki droppen, bitte. Liebe geht raus. Einige dürfen nicht schreiben wegen der Handy-Verifizierung. Es gibt viele Leute, die sich hier gestern beschwert haben, weil sie sich ihr Handy verifizieren müssen. Liebe Leute, danke schön. Liebe. Wie war es mich kalt erwischt? Hä? So, oder? Nö. Oh, wie wollen wir ihn nennen? Gibt ihn schnell einen Namen, bevor er nicht mehr da ist. Ich sag Rüdiger, Mono. Bodo? Ich hab den mal geöffnet, den Namen auch nicht. Ich hab den mal geöffnet, den Namen auch nicht. Fremde Menschen. Katzenfell. Mit leichter runden Augen. Beobachtete Macht. Alles klar, ja, warum nicht, kann man mal machen. Was passiert denn hier? Eskalation. Lass uns beide Leute. Noch einer. Wir wollen jetzt hier keine Versammlung veranstalten. Ich habe letztens schon irgendwelche, die haben Leute getroffen. Oh, he's burning. Careful. Oh, jetzt werde ich von hinten gebumst. Oh, ja. Von hinten. Und rein in die Olga. Ja. Ja, danke. Voll umgebogen. Oh, das ist hier mit dem Horn aufgespießt. Voll umgerannt. Ich muss gerade an die Szene von Ice Age denken hier mit dem Zelt. Spießt mich nicht auf. Oh, ja. 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 Toll. Toll. Das ist bei der Leute. Ich bin voll. Ja. Pelsen. Hochrichtung Fluss. Wasserfälle. Ich bin deine Wasserfälle. Haha. Hallo. Hallo. Ich bade hier. Hallo. Gehen Sie doch mal bitte. Ey, was ist denn das hier? Die kann man nicht mal nirgendwo nackt baden hier. Da habe ich auch schon, heute habe ich auch schon drüber nachgedacht. Können wir mal eine Abstimmung machen, ob wir das hier nochmal sehen wollen. Also, pass auf Leute. Wir machen ja jetzt EMP-Stream, da machen wir A Way Out. Wir haben gezockert am Freitag. Und Samstag gibt es wieder ein Special-Zene. Da bin ich noch an überlegen, was wir gerne machen wollen. Ich habe jetzt Portal vorbereitet. Wir haben einmal Paper Mario vorbereitet und einmal das Yoshi-Spiel. Also inzwischen natürlich. Bin ich an überlegen, welches wir auf jeden Fall spielen wollen, aber ich glaube, ich plädiere auf Paper Mario. Habe ich nie gespielt und würdest ihn auf jeden Fall mal reinziehen. Hehe. Reinziehen. Ähm, spielst du auch Lost Ark? Habe ich überlegt, Lost Ark auf jeden Fall anzuspielen. Das ist ja die neue Variante Richtung, ähm, Richtung die Arbe und so, ne? Also, kommt ihr, Leute? Können wir weiter? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob sie noch badet. Ich lecker. Lass doch mal die Mietzekatze jetzt im Rohr. Das Vieh hat irgendwie über 3000 Lebenspunkte. Ich bin tot. Ey, Dumbledore, wüsste ich. Vielen, vielen Dank für deinen saftigen Host. Wird man zeigen, dass du mal den Auto musst, die einrichten. Ist egal, aber willkommen, mein Bruder. Äh, kann ich einfach TPA machen? Ähm, nein. Das ist ja das Problem, deswegen sollte sie ja, äh, cool bleiben. Dann müssen wir den Daten fragen, ob er kurz online kommt und nicht portet. Dann musst du aber ganz, ganz lieb bitte fragen. Also, bitte sagen im Stream. Der ist nämlich gerade im Stream gerade. Gerade. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Jetzt. Am Ende. Hier kommt ab und zu der Schwanz raus. Der Back da am Stein jetzt. Hat sie sich mit den, mit den weißen Tiger angelegt? Oh, oh. Äh, gehört das mehr. So, ihr Lieben, ich muss ins Bett. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und zuckersüße Träume. Dankeschön, Batgirl. Vielen, vielen Dank für die mega tolle Unterhaltung. Ich danke dir für deine Anwesenheit, für die Liebe im Chat. Und natürlich für die Liebe von deinem Dasein. Es hat mich mega gefreut. Und wünsche dir eine wunderbare, vollzügige Ultima TV-Geselle. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Träumen Sie es. Ich habe jetzt eine Zeit mit dein Köpfchen einmal kurz. Das ist der Weiße, ne? Das ist doch schon klar, ne? Das ist der ganz Böse. Bad Girl, Bad Girl. Whatcha gonna do? Whatcha gonna do? They come for you, Bad Girl. Vielleicht nur wissen wir nachdenken. Ich meine, aber dass es zuwählen sind Ich würde dir gerne wieder in die Sachen einspielen. Weil mein Link ist im Arsch. Müsst du mal lang wieder rausziehen, oder? pokémon trainerin hast du schon mal mitgetrunken und damit auch wie geht es ich hoffe doch gut the mind of grüßt sich vielen dank für den voll und willkommen mal nur die stafel so er kam tot warum ich jetzt achte da lass mich raten du trinkst kein ikon ich auch nicht mit hat uns naja die götter haben uns die mit geschenkt es kann ein schlechtes sein oder ich habe schon seit mehreren jahren ich war ja auch komplett trocken jahr oder so ich kenne ich weiß noch da warst du sogar bei mir ja ja er hat kenny immer sein sich die karte gegeben mit jägermeister und so ich habe fast gekauft aber ich da ich ja momentan mit mir habe diesen diesen honig geschmack einfach mega liebe trinke ich gerne mit aber deswegen bin ich auch mega schnell leute das ist genauso wie sech wenn ich ein glas sech trinke denn dann kannst du mir kommt dann kannst du in die arme nehmen wenn ihr mich hoch bekommt und einfach irgendwo abstellen mein kaputt mit einem pfeil kannst du mir in die ferse schießen ja warte mal wir sind irgendwo wir sind g8 ja du bist ja schon ziemlich auf dem weg hoffentlich kommst du da heil durch muss erst mal konto verifizieren ja tut mir leid noch mal entschuldigen dafür aber wir haben jetzt gerade den kampf aufgenommen gegen die box hier leute wir müssen auch noch chill erwarten warum wälzt du alles geklopft ne hat nicht geklopft alter kleiner wach ich trinke nur zweimal im jahr alkohol an meinem geburtstag und dicke ich hänge hier nur rum und bindestufe aufgestiegen geil also alkohol ist so eine sache das einzige was ich noch an alkohol trinke ist halt entweder cocktail man hat einfach den alkohol nicht schmeckt ich liebe über alles cocktails wenn man das hat einfach mit mixer und und dann halt auch dem dementsprechend frische früchte sagen wir jetzt mal sowas wie wie melone oder orangen oder anderweitige früchte halt und das heißt dementsprechend mit mixer durchmix und dann noch vielleicht schluss vodka reinmacht batita di coco blu carassau mega dann war nur mega geil ja wenn man es nicht schmeckt dann geht es nach dem motto lebe ich momentan auch und mit ist halt so eine sache die ich halt einfach wirklich da muss ich aufpassen weil es schmeckt nach meiner meinung schmeckt es einfach nicht nach alkohol es ist schmeckt einfach nach honig mit mit früchten je nachdem was wie med man halt hat und bitte ausrufezeichen medwabe bitte einmal den chef läufe ausrufezeichen medwabe könnt ihr euch mal gönnen dann wisst ihr auch was ich trinke und mit den rabachkot grünen bummelzehen spart ihr auch noch ein wenig geld ich trinke bei jeder gelegtenheit damit doch wenn die wissen wir das ja wenn die wissen das sind weil der stück specht klingt nicht mehr aber auch nicht weniger ich habe jetzt angefangen ich bin ja auf die e-deutsch ne und ich habe mir überlegt vielleicht eine ananas diät zu machen kennt ihr die ananas diät alles essen außer ananas oder die essig diät kennst du die kenn ich oder essig nicht ich finde fdh ganz witzig das ist die hälfte hälfte diät und einmal am tag ist ja das ist doch was wie weit ist schiller übergucken wo die kurie steckt sie ist schon gleich h6 ich nutze die zweite machen wir noch nützige werte ich denke bis auf meinen kanal gestoßen wenn die fragen das ist das problem an mit man kann davon nicht genug trinken das ist halt einfach gesagt nach meiner weitung das gefährliche an solchen sachen die die nicht nach alkohol schmecken das war damals bei mir auch so gefährlich mit alkoholpops aber das kennst du ja auch die alkoholpops die haben uns so reingefürzt hat alles war einfach wie braun also zu meiner jugend mit der weite mit der weite mei ich die ginger komplett der lieben der whisky auf dem tisch oder also ich stehe übelst auf diese diese mixery bier ist damit energy und wodka flavor oder so ist mixery und das v plus energy mega gut das läuft und dann knallt das jetzt gibt es die auch noch mit fünf umdrehungen das geht gut größe gehen raus gute sind aber harte worte hier ist schon überwischt ob mich der tiger hier oben eigentlich kriegt morgen kommt eine neue kampfbemalung leute morgen wird es noch witziger morgen mal ich mich wirklich wie eine katze an was haltet ihr morgen wie die katze anmalen so mit schnur haare und so und so eine schwarze näschen ja bin ich für als mitgetränk um ja bei mir bei mir im sommer die meisten wissen ja zum beispiel ich bin zum beispiel millionen bei mir geht nichts ohne melone im sommer ich habe immer zwei drei vier fünf millionen im haus nur für den sommer ich esse da nichts anderes im sommer wirklich ganz selten entweder grillen oder 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 wassermelonen aber leute für einen melonen spezialist sage ich euch hier an dieser stelle kauft euch nicht diese riesen oschi dinge und denkt so oh ja das ist immer eine richtig geile melone hier nein ihr müsst die klein kaufen richtig klein es gibt extra diese kleinen melonen und die sind wirklich mega süß und von den kalorien her ist das bombe also nicht bombe in den sinne dass sie viele kalorien haben klar die haben mehr zuckeranteile dementsprechend schmecken aber trotzdem also ich finde ich finde honig melone am besten die gibt auch völlig die power die kalorien die darin stecken ja keine ahnung ich habe das mal gehabt morgens früh kann ich aus dem arsch hat eine halbe honig melone gefressen alle dinge ich habe ich wusste gar nicht wohin mit mir ich zeig dir morgen wie das geht ok melone ist ja auch mehr trinken als essen das stimmt allerdings ist ja nur wasser ist ja nur wasser wie gurke sagt zwei gute melonen in der hand sind immer gut ok verstehe ich vollkommen ich kann mich direkt direkt in dich hinein verletzen wer mag das nicht wer mag das natürlich auch ich bin nicht jesus sollte die du hier am kreuz picken kannst ein spitz zitten die ich habe is raping me Hilfe, Hilfe! Am Semester habe ich... ...ein Wein mit Honig... Oh ja, der ist gut! Is he raping me with his long stick? Whisky und Whisky ist, wie gesagt... Whisky ist einer der Sachen, die ich noch trink... Whisky-Cola, je nachdem... Letztens hat jemand gesagt... ...das war der Marcel, glaube ich... ...hat gesagt... ...he trinkt Whisky immer mit Apfelsach... ...hab ich auch noch nie gehört, noch nie probiert... ...mehren wir auf jeden Fall mal auch ausprobieren... ...dukel mein Po... ...tut, dass du mich nicht... ...mich nicht mehr... ...nicht mich meinst... ...ich war gerade ein bisschen verwirrt... ...ja, es wird nämlich auspeitscht von hier... ...ahhh... 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 ...tschuldigung... ...da kommst du auch gleich, ne? Hast du mich gehört, Titi? Hast du mich gehört, Titi? Ich mach mal kurz Kamera aus, Leute... ...müsst ja nicht unbedingt sehen, was ich gerade... ...wie den Umflug schreibe, oder? Also wenn ihr mir das Schlimmste von mir denkt... ...dann denkt ihr genau richtig... ...mach hier wieder nur Schweinereien im Hintergrund... ...jag mal weiter... ...wir können weiter... ...den ordentlichen Küchenschrank, ja... ...und für die Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben... ...es tut mir leid, auf jeden Fall Danny hier nicht schreiben könnt... ...und dementsprechend auch die... ...die eingefleischten Bummler, die am Start sind... ...wir bekämpfen gerade die Bots... ...und wir haben gerade die Kampfansage... ...mit sogar mit Kriegsvermahlung... ...aber das hat eher etwas mit Konen zu tun... ...wenn ihr nicht schreiben könnt, es tut mir leid, ihr müsst... ...auf jeden Fall dementsprechend euer Handy hier verifizieren... ...dass sie hier schreiben können... ...wir gucken mal, wie lange es anbleibt... ...vielleicht hört es auch für ewig an... ...wir gucken mal, wie weit der Shitstorm noch geht... ...deswegen gucken wir mal, ne? Wir gucken mal mal... ...was haben wir nur noch viel Wasser... ...dazu mehr ähm... ...genau, genau... ...oh, hier ist ja diese Base wieder... ...die gucken gehen oder was? ...jo, tschüss FPS... ...ich weiß nicht... ...ich weiß nicht wo... ...ich weiß... ...ich bin einfach nur den Zwein in der hier gelaufen... ...so, ich bin aber auch mal äh... ...im Bettchen äh... ...morgens früh äh... ...morgens früh äh... ...und jetzt wieder weiter... ...mit Arbeit... ...ha, jeden Morgen die selbe Scheiße, oder? Aber danke auf jeden Fall... ...ich wünsche dir auf jeden Fall auch eine wohlgesinnte... ...verzüglich innovative gesinnte... ...gute Nacht... ...schlaf schön... ...bis zum nächsten Mal... ...kuss auf die Eichel... ...kommt, es war schön, dass du hier warst... ...dank für deine Anwesenheit... ...dank für deine Beteiligung... ...äh... ...äh... ...so... ...wir können überlegen... ...ähm... ...wollen wir jetzt hier schon anfangen mit so einem Dorf bauen... ...oder wollen wir erst die Eisen... ...Eisen äh... ...sagen wir mal dieses... ...Eisenhaus... ...Häuslein bauen... ...ist die gute Frage, ne? Ja... ...nächste Frage... ...heh... ...äh... ...ääh... ...babi verprobiert... ...da glitscht es da hin... ...oh, äh... ...ja... 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 ...ich... ...ein Auge jucken... ...ich kann das Auge noch nicht mal richtig jucken... ...m Kopsen... ...ich dachte die mit Fett... ...häh... ich würde auch gerne mal wieder eine pizza essen um ehrlich zu sein ich muss gleich auch ins bett gar nicht schlimm wir machen alle nicht mehr so lange bei mir geht noch einiges hast du schon es ist schlimm wenn ich einfach nur schiller sagt oder gehört es mir zu lang hast du es at home gemacht nice weil wenn du offline willst dass du dich nach hause teleportier ist wir kommen ich gebe dir ich gebe dir noch ein paar feine ich gebe dir noch ein paar feile ja ich bin ja auch schon sehr lange auf den beinen ich versuche ja die momentan diesen tageswechsel weiter beizubehalten und da ich morgen früh so die stadt muss wieder mal was ich nicht wisst ihr bekommt ja dass das grundsätzliche mit den hintergrund ich momentan immer noch sehr viel scheiße durch und jeden tag habe ich diese probleme zu lösen die noch sehr lange anhalten werden und dementsprechend muss ich mich halt wirklich darum kümmern ist ganz wichtig sonst wird eine person das wirklich hinbekommen dass mein leben in die brüche geht es halt die reine wahrheit meine existenz wir sind hier oben lange glaube ich aber die truhe ist gesperrt b hallo hallo oder was sind da unten hatte der wuchs in den stream oder ich glaube ich bin hier steht der klaren ja nur ist das nicht vor free weil du nicht rankommen sag ich doch auch dieser meine pause gegönnt das stimmt außerdem pokémon tränen auch lange nicht kennen ich habe mich direkt ins herzen geschlossen du bist in ordnung ich trau dir noch so ein krank der war da oben drinnen er ist besser als kleine trank ich brauche noch ein paar pflanzenfasern dann heile ich euch mal so wo ist chillagirl jetzt? wie geil guck mal da rein da schanzen zwei leute Da stehen überall Tänzer. Danke schön. Kein Problem. Geil auf euch. Meine Brüder und Schwestern. Willkommen an der Tafel. Ey, da steht sogar ein Ork drum. Dumbledore. Wer kämpft im Sturmwind? Dumbledore ist noch da? Du WoW-Fanatiker, du. Snake, Snake, Severus Snake. Erzählst du mir, wie dein Name Grünbummel zustande kam? Das ist schwer zu sagen. Um ehrlich zu sein, wurde der Name Bummel zum Beispiel einfach nur von meinem großen Bruder geklaut. Und wir waren damals sehr viel in Hamburg zugange und da hießen wir einfach nur Bummel und Kleinbummel. Und irgendwann war ich da so im Spiel und habe die Leute so hardcore kennengelernt, dass ich den Namen Bummel getragen habe. Daher kommt der Name Bummel. Das heißt Jugend, Spaß, Freude, Party. Der Name Bummel. Und das ist ja eigentlich, dass Bummel auf Englisch Idiot heißt. Ja. Das habe ich erst ein paar Jahre später erfahren. Nein, das war einfach wegen meiner knuckige Augenmache. Bummel. Und wegen meinen Nachnamen, den ich aber jetzt nicht sagen will, obwohl es viele wissen. Und Green. Ich weiß nicht, wie Green zustande kam, vielleicht weil ich damals gekifft habe. Aber einer meiner Lieblingsfarben ist Grün und meine Augenfarbe, meine Grundaugenfarbe ist auch Grün. Deswegen Green Bummel. Aber ich habe ja diese Stimmungswechselfarben. Das heißt, dass es von Blau, Grün, Grau wechselt. Ich glaube, ich habe hier gerade einen Fehler gemacht. Oh, das tut. Oh, ja. Sie bist getötet. Herr Schweine. Los, alle zusammen. Alle auf einmal. Los, komm. Wenn denn, müssen alle. Wenn denn, müssen alle. Wenn denn, müssen alle. Wenn denn, müssen alle. Ah, sie bist. Am besten noch mit Arme hoch. Moment. Da fehlt noch was. Ich trauere. Ich trauere an seinem Grab. Oh, nein. Ich trauere. 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 Nächste Frage. Auf zum Partner. Dann kannst du ihn haben. Ich will gar kein Partner mehr werden. Bin nicht offen und ehrlich. Es hört sich natürlich doof an. Aber, klar, man wünscht es mir. Und ich hätte es mir damals auch gerne gewünscht. Aber, da es halt einfach bei Twitch so viele Probleme gab. Und immer noch gibt, wenn ich definitiv keine Partnerschaft eingehen. Ich habe genug Partner. Aber ich wünsche nicht auch noch. Ich habe ERP an meiner Seite. Ich habe MedWabel. Ich habe Beyond. Ich habe Yotamast. Ich habe so viele Unterstützer hier in meinem Kanal. Und meine Sache, die ich halt hier durchführe. Da bin ich mit zufrieden. Definitiv. Da brauche ich keine Twitch-Partnerschaft. Wenn es sein muss, mag ich es. Aber erst mal nicht. Und was machen Sachen jetzt? Wir gehen jetzt zur Eisenvorkommen. Und wir sind eigentlich schon da. Und da bauen wir ein kleines Hütchen. Okay, dann go. Okay, go. Lass ihn ruhig um dich schlagen. Lass ihn ruhig um dich schlagen. Oh wow. Aber jetzt noch mal zur nächsten Frage, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Und wie lautet dein richtiger Name, wenn man in Japan darf? Du magst ihn im... Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Okay. 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 Du bist jetzt nutzer gerade. Schönergöl, Kenny, Siebes, NW, IO, Daki. Wir werden den kompletten Route neu starten. Das heißt, TeamSpeak wird ungefähr für ein paar Sekunden down gehen. Ja, auch passiert. Sobald der Conan-Server offline geht. Das heißt, Neustart werden wir einen kompletten Route neu starten. Okay. Ihr könnt aber einfach alles so schillen. Bleibt einfach so, wie ihr seid. Ihr müsst nichts machen. Es wird alles automatisiert. Wenn der Zerber wieder online ist, seid ihr auch direkt wieder hier im Chat. Yo! Fairo und grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Wie lief es dir? Aber jetzt war wir schon über Wassermelonen geredet haben, ne? Jetzt habe ich Bock auf Wassermelonen. Ich mag Melonen. Hier errichten wir unsere Rates, Leute. Ja. Wie gefällt dir das Spiel bisher? Ja. Ganz gut. Ich kann sich aber nicht gerade das Voraus machen. Ne Melonen-Eis. Ja, alles gut. Okay. Also, ich finde das Spiel gar nicht schlecht. Okay. Naja, du wirst dich noch reinfinden. Ist, glaube ich, erstmal ein bisschen ungewöhn, wenn wir dich halt einfach die ganze Zeit hier durchbröschen, ne? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Okay. Äh, könnt ihr bitte vom Server runtergehen? Ich bin runtergegangen. Bin ich schon. Ich bin auch mal kurz aufkam. Ich wurde direkt rausgekickt. Okay. Okay. Ich fahre die Server noch, äh, runter und dann starte ich den Komplett. Das ist eine HelloFresh-Kiste. Jetzt für 9,95 Euro auch in Ihren Warenladen. Schlagen Sie jetzt zu, solange der Vorrat reicht. Dann geh ich jetzt mal ins Bett, ne? Ähm, du müsstest dich, aber, ja gut, hast du Slash Home gemacht auf dem Server? Ne, das konnte ich jetzt nicht, weil ich... Das Problem, du wirst hundertprozentig sterben, weil dein Körper liegt ja dann da rum. Der wird nicht mit ausgelockt. Ähm, das ist natürlich scheiße. Ja. Also, du wartest noch, bis der Server wieder da ist. Genau. Und das nicht allzu lange dauert. Ne, 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 ne. 10 Minuten. Ja, so ungefähr. Dann, bis gleich, Leute. Bis gleich. So, für die Leute, die es nicht wissen, was gerade abläuft, wir machen einen kompletten Ruder-Neustart. Wir, ähm, haben sozusagen ein eigenes Projekt hier. Wir mieten das nicht, äh, bei irgendwelchen anderen Leuten, äh, die Server, sondern wir machen halt alles selber. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das war's. So, das war's. So, mitzinein Как eine OP-M�in. Thumb-M�in. Dann kommst du auf den ersten Mal. Und dann kommst du United. Also, was du mitzinein. Zeiger-Neustart verändern. Und dann haben wir die OP-M�in. Das war's. Du, der letzte Fall, war's. Und dann wird die OP-M�in. Es gibt einen Sophie-M�in. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch nicht Max. Hallo? Was verpasst? Konins Hörer schon wieder da? Die sind am Starten, ja. Achso. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, pure Liebe Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Make face, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oder aus einer reag Jedi Vochlossen Datte er in den Schuhres Das war whisch,öglich. �vonforestation ную Maximum Diese die untertitelung des zWer talvez Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hau weg, das Mikro. Ja, bummel, da wäre ich auch dafür. Ja. Passiert. Geht in Distant Shores. Deidere Porto-Bite. Oh, mal, was machst du schon wieder? Ei, 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 ei. Geht in Distant Shores. Dein Pogastil. Dein Pogastil. Dein Pogastil. Vielen Dank. So, der erste Server ist wieder da. Okay, will jemand mitsingen? Mitsingen? Ein Schlaflied. Ein Schlaflied? Für mich. Für dich? Ja. Also, ich bin ganz schlecht im Singen. Versuch's doch mal. Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Mädels schlafen, drum schlaf auf, du. Die ersten Schlaflied? Okay. La-le-lu. Vor dem Bettchen stehen zwei Schu. Wenn die kleinen Bummel schlafen, dann schließt auch du. Oh, die sind genau so milder. Meine Stimme kackt voll ab. Wir können's ja morgen nochmal probieren. Also, bei dir muss ich mich aber nicht so fremd schämen wie bei Wummel. Danke. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich hab ja schon gedacht, da hat ich mein Maul schon wieder aufgeholt. Das war mir schon total unangenehm. Jetzt komm, jetzt singst du uns auch was. Warum nicht? Gar keinen Fall. Am besten irgendwas von ECDC. Apropos ECDC. Sonst singe ich. Ich kann dir eine Geschichte vorlesen, aber... Singen, ne? Geschichte vorlesen, oder was? Äh, lesen? So, der Server sollte wieder da sein. Also, bei mir ist er immer noch nicht. Ich hab' zurück. Ja, 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 ja. Jetzt hab' ich mir selbst Loan verpasst. Weil die Source Queries sind schon wieder gestartet, also kann's nicht mehr allzu lange dauern. Ein paar Sekunden noch. Und Pomerant ist abgebrannt. Okay. Ich lieb' den Frühling. Ich lieb' den Sonnenschein. What can I do? So, ich bin schon wieder am Joinen. Bringt mir das, wenn ich mein Twitch-Konto mit Conan verknüpfe. Äh, wenn Twitch-Drops aktiv sind, kannst du die dann direkt, äh, hast du die dann direkt in-game. So. Ich, äh, ich seh' nur in einen. Wir sind beide da. Ich spür' mal neu. Baum, Baum, Baum. Oh, muss ich wohl auch. Schmutz. Für Schlecker, girl. Okay. Was ist das mit mir? Bist du nicht im Chat? Nee, grad nicht. Wann wird es endlich wie der Sommer sein? Die guckt bei mir zu, nein, war'n Spaß. Mir guckt keiner zu. Was ist das mit mir? Ich hab' vorhin meinen Namen gehört. Ich guck's, ich kopier's mal. Ich glaub', das ist der Song von, von Olaf, von, von, äh, Frozen. Achso. Der Sommerlied. Genau. Okay. Nee, das ist ein Kinderlied. Wie ist das hier vor? Nope. Das ist ein Kinderlied? Okay, ich kenn's gar nicht. Ich lieb' den Frühling. Ich lieb' den Sonnenschein. Wann wird es endlich mal wieder wärmer sein? Schnee, Eis und Kälte müssen bald vergehen. Für Schleckerl. Nochmal, bitte. Nein. Nein, nicht von dir. Achso. Für Schleckerl. Ja. Ja. Was? Der Musikgeschlag ist ja nicht vielfältig. Aber das ist doch grad was Gutes, oder? Was los? Ich kann mit dem Tool legen. Was los? Was ist denn? Ich glaub', er wollte wohl'n Song anstimmen, aber für mich hat's nicht gereicht. Das kann gut sein. Ich liebe' den Frühling. Ja, da ist er wieder. Conan-Server. Ja. Betrayten. Betrayten. Betrayten, ja. Bei den Conan-Server-Betrayten. Okay, jetzt seh' ich auch den Chat. Hallo, Chat. Hallo, Gume. Wir binden. Wir binden. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Wann wird's mal wieder richtig Sommer? User disconnected from your channel. Und direkt weg, alles klar. Ah, das war unser Indy, oder? Wer war das? Ja, ja. Ja, ja. Daher, ich singe nicht noch mal. Mein Gesang, der haut sogar in die ab, ne? Ah, ja. Welcome back. Ich hab's zu danken. Vielen Dank, Jenny. Bummelt einen Standardspruch? Nein, der kommt schon. Okay. Okay. Ja, stimmt. Sonst wär's ja nur ein Standardspruch, ne? Richtig. Ja. Jenny, ich wünsche dir eine wunderbare, vorzügliche, automotive gesendung. Gute Nacht, schlaf schön und bis zum nächsten Mal. Es hat mich gefreut, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für die Liebe. Vielen, vielen Dank für deine Anwesenheit. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Es hat mich mega gefreut. Und ich hoffe doch, du kommst gut zur Ruhe und kannst natürlich süß und herrlich träumen. Dich erholen und auf den nächsten Tag vorbereiten. Und ich sage an dieser Stelle, ich sage schon mal hier, ich freue mich auf das nächste Mal. Schlaf gut. Wahnsinns-Ansage. Mach ich wirklich. Aber Leute, wir machen jetzt eh gleich aus hier, ne? Ja. Natürlich. Wie du sagst, die komische Lady im Startmenü, im Lagescreen, hi mom, zu mir. Ja, das ist für Streamer gedacht, die auch mal an ihre Mutter denken sollen, oder? Guck mal, hier ist mir auch erst mal bewusstlos. Das müssen wir ausnutzen. Oh ne, nicht schon. Ja, mach sie wohl. Oh, jetzt komplett Leute. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Rennen da oben rum. Ich lebt im Sommer, ich lebt im Sand des Meer, Sandburgenbaum, und keinen Regen mehr. Eis, Essen, Sonnenschein, so soll's immer sein. Booyah. 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 Booyah, Kasia. Booyah. 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 Irgendwo hier Ich muss ein bisschen spulen Das ist ein Riesensack Der wird immer größer Was ist das denn? Wenn du es immer rausschmeißt, ja? Ja, jetzt kommt hier den Sack Der wurde immer größer Ich nehme alles mit, was wir gebrauchen können Ihr das Eisenort zum Beispiel Ja, nehm ruhig Dann würde ich TPH machen und dann Bett Alles klar Gute Nacht Oh, Öl, was ist das hier? Oh ja, Gönnung Ich bin einfach nur müde Ich bin auch total müde Deswegen mache ich auf jeden Fall auch gleich Feierabend, Leute Ebenso Auf jeden Fall mache ich mit, natürlich Er sagt dir gleich Bis morgen Abend Ja, bis morgen Ciao Ist denn schön? Kuss auf die Moschee, Team Kuss auf deine Moschee Nice Conter Nice Conter User disconnected from your channel Das nenne ich mal Abgang mit Stil, ne? Ja, ja Nice Conter Nice Conter Ja Und dann noch ein Loop Der Nemoser live. Was ist denn? Das Bett langsam Müde? Ja Oh, ich darf nicht locken Was willst du denn anlocken? Oh, ich weiß nicht ungeziefer Aber davon habe ich mittlerweile genug also Ja, glaube ich Also der Ping ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden so um 100 Also jetzt sind wir noch bei 200 Aber wenn die Leute gleich locken Ja, wir waren schon zu 9 jetzt gerade Da geht zwar manchmal noch auf 500 Aber sonst ist er ja auf 700 800 gegangen Und blieb dann immer so bei 300 Bei 400 Und jetzt bei 200 300 Also ist auf jeden Fall um 100 runter gegangen Im Schnitt, ne? Ja Boah, 150 habe ich gerade gehabt Egal was ihr gemacht habt, macht es nochmal Spass Aber ich denke mal so sollte der um einiges besser laufen Mit dem Ping Ja 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 Da geht Gangsteres paradise Ich gucke nicht Is das doch recht? Es ist du und ich Oh Oh Bei you and me. Ich würde es sehen, wenn ich nur auf GTA. Okay, okay, okay. GTA. Jetzt mal ein kleines Kabuff hier hinbauen, das reicht ja erstmal. Du baust schon wieder einen Puff, was? Ja, ganz genau. Du hast schon richtig gehört. So macht man sowas? Na ja, die Frage kannst du doch selber beantworten, oder? Ne, nicht wirklich. Das glaube ich dir jetzt nicht. Ich habe sowas nicht nötig. Okay. Da stehen die alle Schlange. Es ist ein bisschen anders, die Schlange steht. Okay, der war nicht schlecht. Ich kann mich in dich hineinversetzen. Eieieieiei. Eieieieieieieieiei. Und dann hast du dein Lied im Kopf, hau raus. Du schreibst aber auch immer gleich den, 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 den großen Text nonplusultra, ne? Oh, alte Stimmungsbombe, du. Das ist von, äh, wie heißt der Film? Mockingbird. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 4 Stunden 24. Ja, okay. Ja, dann kann ich grad nicht rechnen. Äh, grad nicht? Ja, ja. Ja, ja. Ja, Ping ist jetzt schon deutlich besser, ne? Ja. Dann müssen wir es halt mal pro Tag einmal machen am besten. Ja, oder alle zwei. Das würde, glaube ich, reichen. Danke nochmal, Envi. Moment, hier ist er, sage ich jetzt. Hallo, mein Name ist Bummel und ich esse gerne Chips mit Speckgeschmack bei Sonnenaufgang. Und ich bin Single. Bei Sonnenaufgang isst du, glaube ich, nicht, weil da schläfst du noch. Momentan nicht. Echt? Hm, echt. Bau nur, weil du arbeitest die ganze Zeit. Das ist richtig. So, ich zieh's mal. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ebenso. Nacht, Ayoni. Ah, jo, schlafen, ja? Ciao. 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 Ich hoffe, noch morgen wieder, wenn du Bock hast. Ja, ja. Stimmt. Stimmt. Alles klar, kuss auf die Eichel. Jo, tschta. Ciao. User disconnected from your channel. Und manchmal lustig. Bin mir so lieb und manchmal lustig. Okay. Aber nur manchmal. Dasselbe. Aber nur manchmal. Wenn der Bummel seine Tage hat. Hat. Okay. Was. Tschta. Hey. Was. Boah. terusacağ ich stehe unten ja da bin ich ganz fix wenn es danach geht das bauen wir noch weiter aus wenn ich bock habe oder wir bock haben ja komm das muss ja erstmal nur hingeklatscht werden dass wir da ein bisschen schutz haben vor wem und mir selber genau das wollte ich so ich liege dann mal im bett und werde versuchen hier einzuschlafen hier genau hier das ist schlecht weil wir machen jetzt gleich aus ok da nicht es ist dunkel und dunkeln ist nicht gut munkeln häuschen steht das ist das allerwichtigste ich habe nichts hier war nichts passiert wir gucken mal wer noch am start ist das ist Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ich brauche einen Link. Ich brauche einen Link, Sarahchen. Ich weiß jetzt gerade dein Profil leider nicht. Ich brauche einen Link, Sarahchen. Können wir das sonst zum nächsten Mal machen? War das möglich? Ist dein Twitch-Account mit Instagram verbunden? Aha. Und warum bin ich nicht unter deinen Vorschlägen? Was ist da los? Was ist da los? Hier einfach einen Chat kannst du reinböllen. Ist kein Problem. Ich warte kurz. Nur kurz. Gibi, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Du kleiner Loker. Fabio, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Hier ist schon eine Weile im Lurk. Wer? Ivi. Das ist doch kein... Das ist keine Sie. Hä? Das ist keine Sie. Oh nein. Oh. Oh nein. Oh. Tu mir das bitte nicht an. ich finde du bist du bist du bist eine mega geile sau dankeschön wie eine sau noch eine stunde niemals ich habe mich hin ich habe hier zu viel mit gehabt liebe community von twice ist tut mir leid ich mache jetzt leider aus hast du sonst noch die möglichkeit jemand anders zu host und zu reden jetzt weil wir werden jetzt direkt weiter auch nö jetzt habe ich jetzt habe ich mal die gelegenheit es gibt einen reingedrückt von ihm reingedrückt nie alles gut okay liebe geht raus kannst du ja auch groß haben also ich muss dich groß machen du kannst mich in groß haben kein problem wie war dein stream erzählt was habt ihr gemacht was selber was habt ihr denn die butterbeeren gemacht die haben heute das hat er gemacht das chatting und was ist noch kannst du es nicht sehen aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen du kleine limmel du geschickt hast du mir das über instagram geschickt oder wie was hast du mir das geschickt ach 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 es ist in hier was hast du da auch auf Okay, ich tauche nicht auf. Das ist sehr traurig. Ich bin auch bei TikTok. Aber ich habe da nicht so viel drinne. Ah, okay. Ich weiß, okay. Ja, dann pass auf, dann machen wir das jetzt so. Wir gehen jetzt zu jemandem rüber. Aber wir gehen nochmal hier. Guck mal, ich habe auch ganz tolle Sachen. Let's go. Und dann wird ja jemand geschrieben. Let's go, let's go, let's go. Oh, die Musik machen, das wird laut. Oh, der sieht doch auch geil aus, der Typ, oder? Ich weiß es, sag mal, ein geiler Typ. Oh, danke schön. Geiler Typ. Oh, krrrr. Lass es übersteuern. Oh, viel Liebe, Leute. Ist das nicht ne geile Sau? Ich bin nicht traurig. Alles gut, Sarah. Ich bin nicht traurig. Alles gut, Sarah. Ja, Moment. Ja, das war der hier, ne? Oh, Mr. Sexy am Start, Leute. Oh, 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 oh. Geiler Song. So, nichtsdestotrotz verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wir werden euch auf jeden Fall zu der Kollegin hosten. Danke auf jeden Fall nochmal für die Rates, für die Bits, für die Subs, für die Donations und natürlich auch für die saftigen Follows. Danke nochmal, lieber Trice, du bist ja noch anwesend, du geile Zuckerstute. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal nochmal für die Chatbeteiligung, für den Host und natürlich für deine Anwesenheit. Liebe geht raus. Und es wird Zeit, dass auch wir beide mal was unternehmen, oder? Was hältst du davon? Hast du Bock? Hast du Lust? Hast du Zeit? Aber an dieser Stelle sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen, vielen Dank für die Mega-Support, den ihr da gelassen habt, heute wieder mal. Liebe draußen, ich bin nicht traurig, Sarah, mach dir bitte keine Sorgen. Das ist nicht schlimm. Ich freue mich, wenn jemand Werbung macht oder dementsprechend mich irgendwo erwähnt. Ich freue mich darüber. Aber es ist natürlich kein Bus. Ich freue mich einfach schon, nur dass ihr da seid. Und das ist mir das allerwichtigste. Das da sein, Leute. An dieser Stelle verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Ich hoste euch zu der Kollegin und sage gute Nacht. Paradiesbogel, dir auch eine gute Nacht. Vielen, vielen Dank auch an den Lokern. Und mir auch. tschüss 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 alles gut ich habe ja auch gleich weg ich mache auch nicht mehr lange ich stehe hier nur solidarisch bei dem sie bis der halt meine seele für die rüstung gekriegt hat deswegen stehe hier und protect so als geste genau Okido. Ne? Ja, aber so ist es auf dem Server echt spielbar, wenn der Ping so läuft. Ja, guck mal, ich habe jetzt ein 190. Ja, 80, 90. Ja, aber so ist es auf dem Server echt spielbar, wenn der Ping so läuft. Ja, aber so ist es auf dem Server echt spielbar, wenn der Ping so läuft. Ja, aber so ist es auf dem Server echt spielbar. Ja, aber so ist es auf dem Server echt spielbar. Ja, aber so ist es auf dem Server echt spielbar. Ja, aber so ist es auf dem Server echt spielbar. Ja, aber so ist es auf dem Server echt spielbar. Ja, aber so ist es auf dem Server echt spielbar. Ja, aber so ist es auf dem Server echt spielbar. Ja, aber so ist es auf dem Server echt spielbar. ja das alles raus können wir aber nichts dafür und sei froh dass ich mag da belebt ihn selber also popelst oder was tut mir leid dass ich es sagt dagegen kann es sein dass das chloe verstanden hat dass ich das nicht mache und sich da wieder einschleimt ich habe mich da grundsätzlich raus er ist chloe ehemalige moderatoren gesehen wie viele leute ich schon rausgeschmissen habe aber hat er nichts gebracht ja gut es hat schon was gebracht aber diese bots haben wir schon festgestellt werden immer refreshed das macht keinen sinn das machen wir nur ducky um halt die die leute die jetzt gerade ein problem damit haben zu befriedigen mehr ist das gar nicht du kannst dagegen nichts machen das ist ja das problem ducky du kannst dagegen nichts machen wo ich angefangen habe waren es noch 20 die ständig drin waren jetzt ist höchstens ein oder zwei ja ja abwarten wenn mal die alle rausgebannt sind bis jetzt schon drin waren dann können dann können keine neuen mehr reinkommen ja aber das ist ein widerständiger bot das haben wir schon festgestellt der nicht leicht zu bekämpfen ist und du willst mir also wirklich erzählen dass du jeden tag 500 bans raus raus nehmen willst also wenn ich wenn ich da bin nehme ich alle raus ich finde es geht ins millionenfach das weißt du hoffentlich ja dann lass mal gehen wie gesagt wenn ihr die arbeit machen wollt macht es ich werde es nicht machen ich habe es damals probiert es hat nichts gebracht ich würde es erstmal eine weile jetzt ausprobieren mal schauen wir sehen ja wie es läuft richtig aber du hast es selber gesehen du bist ja wann es hat nicht geholfen das verifizieren das verifiziert hat nicht geholfen die bots kommt trotzdem rein die waren schon da ja aber die kommen trotzdem rein das ist das problem wie meinst du kommt trotzdem rein naja die haben doch letztens auch für kacke gehauen wenn das drin ist dann kommen auch keine bots mehr rein ja keine neuen doch wir wollen die reinkommen immer die e mail verifiten oder was das weiß ich halt nicht wie die das machen das kann ich dir nicht erklären morgen die ganze scheiße fertig machen ich hab auch kein bock drauf also hier ich jetzt glaubst du Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Normalerweise nicht. Vielen Dank. Ich bin einfach nur runtergefallen. Ja, ja, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh shit Oh verflucht Das war so nicht geplant Ah, ich bin draufgegangen Oh nee Untergejumpt Scheiße Jetzt muss ich dabei nochmal hinlaufen Oh, da hinten The fuck Oh shit Oh shit Oh shit Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe meine Säule geholfen. Was kann ich tun? I have to protect them. Also für den, der gerade zuguckt, die Rüstung ist sponsored by Sibis und ich habe ihm dafür meine Seele verkauft und bevor ich in, weiß ich nicht, 15 Minuten off gehe oder 10, stehe ich hier noch solidarisch ein bisschen rum. Vielen Dank. 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 Bye. 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 I have to leave. I have to leave. Bye. Bye. für's zugucken Tschööö